hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel von henne tv heute geht es um crs racing und ja ich hoffe euch gefällt das video wir fangen auch direkt mal an mit der nummer eins video so genau wir setzen jetzt mal fort hier das video jetzt muss ich schon spielen hier ohne dass es wirklich ein video war das ist nicht normal so wir geben jetzt mal gas weiß nicht hört ihr überhaupt was auf jeden fall werden wir das spiel jetzt einfach mal spielen sieht ja eigentlich schlecht aus dein auto beleuchtigt automatisch du musst also nicht weiter auf den bildschirm drücken tippen tippen nur auf nur um zu schalten ok so mal sehen sexy autos du bist wohl falsch abgebogen du bist nicht gut genug für diese crew das sagt ihr dass ich nicht gut genug für die crew bin super ok so es wird auf den sack aber wenn ich das unternehmen dann keine ahnung kriege ich nur wieder stress mit der anderen aber egal ignorieren heißt es einfach wie sind also k1 ok ach du meine hülle 1000 metallik die farbe nehmen wir aus wir kaufen ja wir kaufen dieses auto mal sehen wie schnell es ist frisch aus der werkstatt gekauft nur ins neues auto also wir gehen auf den rennen weiße wie weit wir kommen versuche es mit einem regulären wenn das beginnt ihr schnell genug und respekt ein zum rennen zum rennen mal sehen wie weit wir kommen oh jetzt muss ich mit dem gegen den golf gti sports antreten mit dem minikuba das sieht sehr gut aus es sieht wirklich sehr gut aus damit haben wir gewonnen den you win und geil geil ok gehen wir direkt mal auf weiter hukki plo bau hat einen schwere namen wie heißt du dieses gebiet wird von crew nun für ein kontroller rotulier schlag ihre mitglieder um du verdienst den größten aspekt okay zum rennen kriegen wir doch wohl hin weil wir sind ja nicht gerade gut alleine du knallkopf willst gegen die nun fragt vorfahren alter was war das denn für ein deutsch die sache läuft folgendermaßen wenn du meine crew besiegst kannst du gegen mich fahren ich werde geld setzen damit es nicht nur spaß und schnelle fahren ich gebe mich nicht mit dir ab solange du nicht bewiesen hast angezeigt und was du drauf hast überlasst das nur kj ich zeige diesen amateur wofür die frage stellen naja mal sehen ob wir es wie wir schaffen wie wir machen jetzt das denn oha ja julus ach du meine güte ja dass das war übel ich wusste dass ein bisschen da ist aber nicht so schnell du musst dein wagen verbessern ja tue ich ja schon gut dann verbessern wir unseren wagen total ohne ein paar bessere teile hast du keine chance gegen die frage das werde ich jetzt auch tun verbessern das kaufen wir so jetzt wollen wir noch mal sehen jetzt probieren wir noch mal aus ich muss diese doofe darin noch besiegen mit ihrem wagen weil das kann nicht sein was du bist schon wieder hier um dich platt machen zu lassen sie mal wer sich hier her traut da hat wohl jemand spaß am verlieren gefunden was ich sollte dir wohl eine für allemal zeigen dann sehen wir jetzt würde ich auch mal sagen mal sehen ja wir haben gewonnen endlich also das ist doch das ist doch geil so was ist doch nice 2060 super das heißt ich musste sogar in gerade verlieren besiegt du kannst hier nicht einfach vorfahren und angela besiegen die franks werden dich alle machen da sehe ich dann ob die franks uns alle machen weiter leveren sind gute möglichkeit sich respekt zu verdienen mit den rennen gegen echte spieler und echtzeit ach du scheiße jetzt muss ich auch noch gewinnen gegen die richtigen also gegen andere spieler diese wahrscheinlich schon eine karre haben bis zum gebiet nicht mehr ui mal sehen also ich spiel jetzt gerade wohl online gegen andere spieler das ist cool damit habe ich gewonnen das ist super 1800 endlich wir sind rang 2 super dass das ist das ist echt gut jetzt ja also das haben wir auf jeden fall gut hingeregt weiter bei einem sieg in der rangliste steigt der das preisgeld aber du aber auch der schild katz gerade gewinnst du all gewinnst du sie alle ja leute also ob wir jetzt alle gewinnen das sehen wir in der nächsten folge ich bedanke mich wie immer fürs zusehen und würde sagen bis denne tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü